Magdeburg mit Schulze im Tor, mit Enge, Zapf, Abraham und Gaube in der Vierer Abwehr. Auf ihr Bildschirm die DDR-Mannschaft von links nach rechts, mit den Längsstreifen auf der Brust. Gianni Rivera, auch lange Zeit, Platz. Das ist Bromarenke. Holland erzielt, eingeworfen hat Bromarenke. Hoffmann, Enge, wieder Bromarenke. Bromarenke, Gaube, wieder Gaube, Sparwasser, Tüll und Bromarenke. Abgewehrt von Sabadini. Sparwasser. Mittellinie abgespielt hat Seguin. Über Bromarenke, wieder Seguin. Nicht so ungefähr. Raukust und Bromarenke. Hoffmann. Sparwasser. Sparwasser. Bromarenke. 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 sind gespielt, die Dritten hier nach Rotterdam gekommen waren.